Hallihallo, ich bin Yasmin von der Katz und ich zeige dir jetzt, wie du das Pink Princess Duschgel selber machen kannst. Hab viel Spaß. Wir beginnen mit dem Einstellen des pH-Werts. Das Tensit, das hat einen pH-Wert von 8, das wirst du jetzt gleich sehen, das ist natürlich viel zu hoch. Da hilft Zitronensäure, bei mir waren zwei Prozent und mein pH-Wert ist auf 5 gerutscht, darf auch 6 sein, aber ungefähr da wollen wir hin. Zur Seite stellen, wir machen weiter mit der Wirkstoffpaste aus Panthenol und Glycerin. Das rühren wir jetzt erstmal ein bisschen zusammen, reicht mit einem Stäbchen und da gebe ich mein Pigment hinzu. Das sollte eigentlich gemörsert sein, aber da ich später einen Rührstab mit Messern benutze, ist das an dieser Stelle egal. Das rühre ich jetzt noch mit dem Minimixer, damit es sich schön verteilt hat und gebe die Ölphase inklusive Rückfetter hinzu. Nochmal mit dem Minimixer durchrühren und zur Seite stellen. Mein Wasser, schon inklusive der Konservierung, hatte ich zuvor auf etwa 50 Grad erwärmt, dann klappt das nämlich schneller mit der Gielbildung. Hier habe ich Kostverderm hineingetan, lasse das fünf bis zehn Minuten andecken und du wirst jetzt gleich sehen, es hat sich so ein bisschen aufgeplustert. Das Gel ist also gebildet, dann können wir die Wirkstoffphase hier hinzugeben. Ich rühre das jetzt einfach mal mit dem Stäbchen, weil ich möchte ja auch noch beduften. Ich habe mich für den Pink Princess Duft entschieden. Das kürze ich jetzt hier ein bisschen ab, weil du kannst nämlich nehmen, was du möchtest. Und dann kommen die angekündigten Messer zum Einsatz. Ich rühre das Ganze ordentlich auf mit Hilfe eines Pürierstabs. Dann ist nämlich das Pigment gemörsert und hat sich verteilt. Jetzt wird es Zeit, die beiden Phasen zusammenzubringen. Ich schütte mein Wirkstoffgel in meinen Tensid und jetzt hier in Originalzeit. Du siehst, ganz vorsichtig arbeite ich das jetzt so ein bisschen darunter. Dann schraube ich den Deckel drauf und schüttelte es noch ein paar Mal wie ein Cocktail. Und sobald sich das Ganze zu einer homogenen Masse zusammengefunden hat, stellen wir noch einmal den pH-Wert ein, im Fall, dass sich da etwas geändert hat. Schauen wir mal, er ist bei fünf, das ist super, so wollen wir ihn haben. Sollte das bei dir nicht der Fall sein, einfach mit Zitronensäure Lösung korrigieren. Das Ganze stehen lassen, bis aller Schaum sich verzogen hat, abfüllen und genießen. Das war's. Miau!